Es war ein ganz besonderer Tag für den 14-jährigen Johannes aus Ingolstadt. Heute hat er das Sakrament der Firmung von Bischof Gregor Maria Hanke empfangen. Im Pfarrheim der Kirche St. Josef kommen die Familien nach der Firmung zusammen. Johannes hat Trisomie 21. Die Entwicklung von Kindern mit dem sogenannten Down-Syndrom verläuft anders. Johannes beispielsweise ist auf die Hilfe und Pflege seiner Familie angewiesen. Auch das Sprechen fällt ihm schwer. Für ihn und seine Familie sind Glaube und Religion wichtig. Ich denke, dass er eine große Verbindung zu Gott und zum Heiligen Geist schon gespürt hat. Und er ist auch darauf vorbereitet worden. Und die Predigt vom Bischof fand ich großartig. Dieses Bild mit dem Seil, das uns hält, das hat sich ja die Kinder sehr angesprochen und die Erwachsenen. Und ich denke, das war für ihn eine große Bereicherung, dieses Fest in der Kirche. Gemeinsam mit Johannes nehmen 13 weitere junge Menschen mit ihren Familien am Firmungottesdienst teil. Dieser wurde speziell für die Kinder des Caritas-Zentrums St. Vinzenz in Ingolstadt vorbereitet. Auch Bischof Hanke hat seine Predigt zugestaltet, dass sie von den Kindern verstanden wird. Ein Bergsteigerseil hat er dabei und verdeutlicht damit die Wirkung des Heiligen Geistes. Ein Seil gibt Sicherheit. Und genau so wirkt der Heilige Geist im Leben der Kinder. Er lässt sie nicht abstürzen. Bischof Hanke nimmt Firmungen mit behinderten Kindern gerne an. Mich beeindruckt immer diese Unmittelbarkeit, wie die Kinder die Botschaft, den Inhalt der Firmung aufnehmen. Diese Kinder waren jetzt vom Wesen, von der Feier der Liturgie so bewegt. Und das beeindruckt mich immer wieder tief. Und ich denke, da können uns gerade diese Kinder eine Botschaft sein. Und ich finde es schön, dass es Gottesdienste gibt, die gerade für Behinderte sind. Wir verstecken uns nicht. Wir gehen hier in eine Pfarrkirche und wir erfahren auch in der gemeinsamen Feier, wie kostbar dieses Leben ist. Dass es zu schützen gilt und dem es auch in unserer Gesellschaft Raum zu schaffen gilt. Auch bei der Lesung und Gabenbereitung werden die Kinder aktiv mit einbezogen. Elisabeth Löhlein hat die Kinder auf ihren großen Tag vorbereitet. Und ihnen das Thema Firmung näher gebracht. Ich habe versucht, diese Bilder vom Heiligen Geist einfach runterzubrechen in die Erfahrungswelt der Kinder. Was mir wichtig ist in der Firmenvorbereitung, die fängt immer gleich an. Gerade im Hinblick auf die autistischen Kinder mit dem gleichen Ritual. Kerze anzünden, Gebet sprechen, ein Lied singen. Und dann haben wir uns an den einzelnen Inhalten, Pfingsten, Bischof, Grisam, haben wir übersetzt. Und die Inhalte kamen bei den Kindern an. Auch bei Johannes, da ist sich seine Mutter sicher. Er mag Gemeinschaft und führt gerne kirchliche Lieder. Auch das Beten ist ihm wichtig. Für Annemie Klump-Servé ist ihr Sohn eine Bereicherung. Er gibt auch sehr viel durch sein Strahlen, durch seine Freudigkeit, durch seine Spontanität, auf Leute zuzugehen und durch sein Leben im Augenblick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017